Jetzt möchte ich dir noch den Reiter Produkte zeigen im ShopDoc Tool. Einmal haben wir hier so ein ganz klassisches Filter-Suchmasken-System. Das ist auf jeden Fall nützlich, wenn du neue Produkte recherchierst. Und das bieten ja verschiedenste Tools an. Was ich hier noch sehr cool finde, ist, wir haben hier die Asin-Analyse. Die habe ich ja in meinem Blog-Artikel auf amaclick.de auch schon mehrfach erwähnt. Da klickt ihr einfach hier drauf. Und wenn du das machst, siehst du halt hier direkt, was du optimieren kannst. Das Tool gibt dir verschiedene Vorschläge. Versuche mehr positive Bewertungen aufzubauen. Mach eine längere Beschreibung und so weiter und so fort. Wie so ein kleiner SEO-Schnellcheck. Das ist also auch sehr interessant. Die Notizen finde ich richtig gut gelöst hier im ShopDoc Tool. Du kannst hier einfach eine Asin eingeben oder hier unten auswählen. Und wenn du auf Notizen erfassen gehst, dann kannst du hier einen Titel eingeben, Beschreibung. Und vor allen Dingen auch als Typ sind direkt voreingestellt die wichtigsten Sachen mit dabei. Zum Beispiel, ich habe einen Preis geändert, Bild geändert, PPC geändert. Richtig cool. Kann ich mir dann dazu schreiben. Und dann weiß ich auch, wenn ich zum Beispiel mein Ranking-Tracker, was ich ja auch hier machen kann im ShopDoc Tool unter Ranking-Tracker, kann ich dann sehen, ah, okay, da habe ich eine Notiz gemacht, da habe ich das und das geändert und dann ist Folgendes passiert. Dann hast du hier noch die Möglichkeit der Buybox-Analyse. Da siehst du dann auch nochmal direkt die Anzahl der Verkäufer zum Beispiel, auch wie sich der Preis hier noch irgendwie verändert hat. Und ja, ist eher so ein kleines Zusatzding, wo du sehen kannst, hast du die Buybox, hattest du die Buybox gestern. Dann hast du hier noch die Möglichkeit Veränderungen zu gucken. Also hier so eine kleine Grafik, kannst du dir auch die Veränderungen anzeigen lassen. Von heute auf gestern, Bestseller-Rang. Unter Einstellungen siehst du dann hier nochmal den Mehrwertsteuersatz. Hier könntest du einen anderen Mehrwertsteuersatz sagen. Du kannst deine Lieferzeit hinterlegen und auch deinen Wareneinsatz, sodass du dann im Controlling zum Beispiel auch alles richtig hinterlegt hast. Dann hast du noch als letztes das 250-Byte-Tool. Da kannst du einfach für deine Backend-Keywords irgendwas eingeben und das Tool hilft dir dann, das Ganze zu optimieren. Hier mal als Beispiel. Wir sind jetzt auf jeden Fall im grünen Bereich. Und wenn wir jetzt hier ganz viel eingeben würden, dann siehst du schon unten in den blauen Anzeigen, wie sich das Ganze verändert. Und gleich sind wir über 250 Bytes. Zack, da sind wir jetzt schon lange drüber und dann wird es auch rot. Und jetzt können wir hier noch Duplikate entfernen. Dann nimmt er sogar noch einmal das Knoblauch raus. Das ist wirklich eine praktische Einstellung. Das wäre also der Reiter Produkte und hier kannst du einige Sachen hinterlegen, die dir sicherlich auch noch mal bei der Verwaltung deines Accounts weiterhelfen.